Wieder Kinoabend? Ja! Warte, nochmal zurück. Ein neuer Horrorfilm, hm? Hey, hallo, Junge. Zeit für ein Festmahl. Bitte tu mir nicht weh. Oh, kann ich auch was haben? Nimm alles, Mama! Cool, danke. Oh, was ist das? Ein Kinoticket, mein Glückstag. Nun, auf zum Filmabend. Bleib stehen, Essen ist nicht erlaubt. Her damit. Leg dich lieber nicht mit mir an, Mädchen. Wie bitte? Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe ein Abwehrmittel. Ach, meine Augen, meine Augen. Hush, hush. Das funktioniert immer. Gut gemacht. Das ist unverschämt. Ich habe keine Angst vor dir. Moment mal, dieser Umhang ist multifunktional. Tada, sie würden nichts sehen. Hey, kann ich jetzt rein? Mal sehen, verdächtig. Lass dich erst mal scannen. Ich habe nichts zu verbergen, Fräulein. Das werden wir ja sehen. Was versteckst du hier? Aha. Du hast da Süßigkeiten drin, junger Mann. Ach, Mist. Ich nehme sie an mich. Darf ich jetzt rein? Los, rein mit dir. Danke. Warte mal. Dreh dich um. Was ist das? Ähm, nichts. Das ist Schokolade. Ekelhaft. Nicht so schnell. Spuck es aus. Okay. Igitt, ekelhaft. Oh, meine Reißzähne. Sie sind rausgefallen. Oh, nein, 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 nein. Was ist mit dem los? Hä, Igitt. Entschuldige. Die brauchst du nicht. Äh. Mein Stolz ist wieder da. Oh. Oh. Apfel check. Vibe check. Hm, das könnte ein guter Trick sein. Ja. Ha, ha, ha. Mein hinterhältiger Plan braut sich zusammen. Shazam. Oh, ja. Jetzt geht's los. Nichts Interessantes. Du, hä? Schwebender Schokoriegel? Na, versucht es schon wieder was? Das sollte ihn entlarven. Leg dich nicht mit mir an, du Freak. Na, na, na. Du kannst mir nichts vormachen. Ich kann dich sehen. Oh, nein. Da gehst du nicht rein, Mister. Hab dich. Du, gib mir die Süßigkeiten. Tut mir leid, ich muss mich refranchieren. Aua. Oh. Ich kann nicht sehen. Tschüssi. In die Dunkelheit des Gehens. Das ist großartig. Ja. Snackzeit. Verbotene Snacks schmecken am süßesten. Aha. Aha, auf frischer Karte Taps. Hey, was ist denn los? Raus mit dir. Komm schon. Ups. Hey, ganz ruhig, Kleine. Zeit, etwas Magie in diese Snack-Situation zu bringen. Nicht schlecht. Das neue Versteck für Süßigkeiten. Ha. Spazieren wir mit einem Hut voller Snacks und einem Zauberstab zurück ins Kino. Zauber scheint eine tolle Verkleidung zu sein. Mademoiselle. Einen Moment. Lass ihn nicht rein. Ja, Fräulein. Ich hab's kapiert. Entschuldige, ich muss auf die Toilette. Hm, interessanter Schnurrbart. Oh, hallo, Sir. Heute ist ein sonniger Tag. Nun, ich muss dich einmal ohne Hut sehen. Oh, je. Wieder erwischt. Das reicht. Schluss mit Mr. Nice Guy. Heilige Werfölfe. Hahaha. Das ist unschlagbar was. Das stimmt. Bis später. Das hab ich mir gedacht. Aua. Das tut so weh. Hey, danke. Gerne. Hallo. Geht's dir gut? Das muss wehtun. Hier ist mein Ticket. Ja, ja, natürlich. Danke. Hahaha. Clefere Idee. Shazam. Meine ist mit Accessoires noch besser. Schön. Okay. Oh Gott, es tut so weh. Klebriger Popel. Oh, entschuldige bitte. Ja. Oh, bist du verletzt? Wirklich? Sieht echt aus. Okay, du kannst rein. Danke. Au. Eine Drama-Queen, wie ich sehe. Ich bin drin. Zeit für ein paar Snacks. Wahnsinn. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Hä? Was, Tom? Oh, er ist clever. Aber ich bin cleverer und wütend. Aua, aua, aua. Du bleibst hier. Warte. Ich habe noch ein paar Vorräte. Ich weiß, wie wir es lustig gestalten können. Legen wir Eis genau hier hin. Bleib hier, Kumpel. Und Giselle. Der Riesen-Lollipop ist bereit für die Aktion. Sie wird weggeblasen werden. Lass mich rein. Sei so sauer, wie du willst. Nichts da. Oh, du wirst mich jetzt zuhören. Du wirst besessen sein von diesem Lutscher. Ich liebe riesige Lollis. Ich kann nicht lügen. Mal sehen. Hallo? Ja. Ich gehe rein. Los geht's. Endlich kann ich meinen Riesen-Bonbon genießen. Lecker. Das ist der süße Himmel. Meine Zunge steckt fest. Oh. Wow. Hey. Ach. Was für eine Störung. Ich hau ab. Sorry, Bro. Oh, Popcorn. Ach, der blöde Clown hat bei einem Filmabend ruiniert. Hey, hey. Hä? Ja? Ein dummer Clown hat da drin eine Sauerei gemacht. Ich rübere mich da rum. Oh, du schon wieder. Raus hier. Nein, nein, nein. Haha, das war ein toller Tritt. Ich werde mich rächen, Frau. Oh, ich habe keine Brizeps erwartet. Aber nicht schlecht. Was mache ich jetzt? Oh, ich weiß schon. Mädels lieben ein Sixpack, stimmt's? Sie würden den Unterschied nicht merken. Twix, Sixpack. Der Bauch ist fertig. Und jetzt der Brizeps. Mit Süßigkeiten ist es einfach, fit zu sein. Was für Brizeps. Ich bin stark. Diesmal wird es klappen. Verzeihung, Fräulein. Oh, wow. Tolle Muskeln hast du da. Hiya. Wow, du bist so stark. Oh ja, siehst du diese Muskeln? Jetzt mach ein paar Liegestütze mit mir. Und was immer du sagst. Auf mein Kommando. Eins, zwei, drei, los. Das sieht nicht gut aus. Neun, zehn, zwanzig. Freihändig. Eins, zwei, drei. Komm schon. Ich versuche, ich kann es nicht mehr halten. Upsi. Ich wusste, dass es ein neuer Trick ist. Steh auf, Porn. Lass die Süßigkeiten fallen. Ich hoffe, es tut dir leid. Niemals. Oh nein, das wirst du nicht. Nimm das, Fledermaus. Wow. Aber Vampire erheben sich immer wieder. Mögen die Rache eskalieren. Der Schauspielunterricht kommt zum Einsatz. Wow. Alles gut. Hallo. Wer bist du? Kenn ich dich? Ich bin der Boss hier. Der Boss? Ja. Oh, entschuldigen Sie. Sie können reingehen, bitte. Danke. Das ist aber eine Überraschung. Ein Erfolg. Und Zeit für einen Snack. Kauen wir auf etwas cremigen. Oh, du hast Snacks? Ja, bedient euch. Wow, danke. Super. Viel Spaß. Etwas stimmt nicht. Aber was? So dreckig und unordentlich hier. Hallo. Was ist das für ein Chaos? Echter Boss? Also, wer war das? Er ist so cool. Der Hammer. Total. Danke. Wie ist das? Tschüss. Was ist denn hier los? Du bist gefeuert. Raus hier. Und zwar sofort. Oh Mann. Was soll's. Yeah. Wo bin ich dran? Hey, ich bin noch nicht fertig. Geil. Wir brauchen eine neue Konsole. Wow. Verdammt teuer. Haben wir Mom. Mama, kannst du uns bitte eine neue Konsole kaufen? Ihr wollt sie? Dann kauft sie. Aber wir wollen nicht arbeiten. Checken wir erst mal unsere Ersparnisse. Ich schätze, wir müssen arbeiten. Ja, stimmt wohl. Dann starten wir unser Business mal. Jawohl. Kein Papier? Das ist sie. Oh, ich werde es zeigen. Wird so was von klappen. Billige Tricks. Kinder sind so unprofessionell. Probieren wir was anderes. Wir malen Porträts für 10 Euro. Erschaffen wir ein Meisterwerk. Wir malen Porträts. Kann ich eins haben? Ja, aber natürlich. Das wird toll sein. Tattoo Designs. Coole Sache. Mach mir ein cooles Tattoo. Ich will es hier haben. Einfach. Perfekt. Dafür zahle ich nicht. Er versteht einfach nichts von wahrer Kunst. Eine Konsole kann ich mir nicht leisten. Siehst du Geld? Gib mir Geld. Ich drücke ihn aus. Okay. Danke. Schau dir mal mein Gesicht an. Ja, und mein Gesicht auch. Gib unser Geld zurück. Nein. Ich werde der beste Lieferant ever. Vergiss den Nö nicht. Okay. Tschüss. Perfekt. Oh yeah. Meine erste Lieferung. Hey. Können Sie hier unterschreiben? Raus. Ja. Oh nein. Zeit, diese Karriere zum Laufen zu bringen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Und ich habe Hunger. Lecker. Nur ein Stück. Oder zwei. Sie sind weg. Sie sind weg. Jetzt muss ich sie liefern. Ich glaube, es ist hier. Lieferung. Ihre Pizza, Mom. Was ist das denn? Nimm das zurück. Wenigstens bin ich besser als mein Bruder. 5D-Kino. Haben Sie Interesse an einer einzigartigen Erfahrung? Kommen Sie mit mir. Fangen wir an. Ich wünsche viel Spaß. Cooler Film. Was ist das denn? Sieht so heiß. Breuen Sie sich schön. Wird mich an wie ich im Zell. Sie geht. Wenigstens haben wir das Gehälte. Sie ist zurück. Oh nein. Wir haben es vermasselt. Rino, was du getan hast. Okay. Ich arbeite dran. Das ist definitiv viel professioneller. Genau. Diese Brille ist komisch. Was? Jetzt komm schon. Wir müssen arbeiten. Okay, gehen wir. Wirkt verdächtig. Dieser Kaktus ist sehr gefährlich. Ihr Essen, Madame. Wir müssen Sie beschützen. Ich probiere zuerst. Alles gut. Aber das kann ich nur nicht mehr essen. Das mag ich. Sieht auch verdächtig aus. Grün? Das muss vergiftet sein. Ups. Nur zu Ihrer Sicherheit. Ihr seid gefeiert. Ups. Das läuft nicht gut. Kellner gesucht. Das sieht einfach aus. Das sieht einfach aus. Ich bin bereit. Pakete liefern. Easy peasy. Niemand da. Postamt anrufen. Postamt anrufen. Niemand zu Hause. Wie nervig. Wir haben den Beweis. Job erledigt. Du bist gefeiert. Oh nein. Ein gutes Mittagessen wird mich aufmuntern. Kellner. Kyle, dir zeige ich's. Manager. Ja, Mann. Er ignoriert mich voll und lieb. Oh. Du bist gefeiert. Ich weiß, wie ich sie besiege. Ich glaub an dich, Rick. Hol dir das Geld. Okay, Leute. Gebt eure Wetten ab. Es ist soweit. Drei. Zwei. Eins. Los. Los, Rick. Los, Rick. Los, Rick. Los, Rick. Rick fällt zurück. Leute, guck mal. Ein fliegender Dinosaurier. Yeah, gewonnen. Keine Kakerlake in der Schule. Erfahren sie ihre Zukunft für 5 Dollar. Wenn du eine echte Wahrsagerin bist, wie heiße ich? Aha. Hm. Ha. Ruby. Du bist unglaublich. Das ist illegal. Okay, Rick. Kein Glück. Schon wieder gescheitert. Ein Glas, bitte. Okay. Okay. Geld. Aber wir müssen das zurückgeben. Sie haben das fallen lassen. Oh, danke. Hier als Dank. Oh, danke. Sie wird uns gehören. Viel Spaß. Danke. Oh, Trinkgeld. Oh, danke. Oh, so traumhaft. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Warum bist du so los? Was hast du getan? Was hast du getan? Nein. Houston, wir haben ein Problem. Kyle, 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 Kyle. Was? Mir ist langweilig. Spielen wir Verstecken. Na gut. Eins, zwei, drei. Hier findet er mich nie. Acht, neun, zehn. Wo ist er? Wo ist er? Das perfekte Verstecken. 20, 21. Oh, hey, Kumpel. Bereit für die Meisterschaft? Ja, 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 klar. Hab dich. Hallo, Kyle. Du bist so ein Angsthase. Kyle, hilf mir. Spinne. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da oben. Halte das. Ich geh hoch und guck nach. Okay. Wo gehst du hin? Ich hab keine Zeit für sowas. Lächeln. Lula. Fertig. Meine Spätzchen, in der Küche gibt's was Leckeres. Lieb euch bei. In die Küche. Für meinen Jungen. Du kriegst nichts. Von Mom für meine süße Luna. Hier, ich bin wohl der Liebling. Ich ruf Mom an. Schön, Zeit einfach nur für mich zu haben. Kein Empfang? Jetzt lass mich in Ruhe spielen. Jetzt zeige ich's. Was machst du da? Chill. Okay. Ich hab ein neues Spielzeug für dich. Warte. Warte. Wir zählen die Salami. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. 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 Keil, halte das Haus sauber, Mom. Fertig. Okay, ich mach's alleine. Ja, und... Das geht viral. Komm, komm, komm. Total heiß hier. Schweiß? Was machst du? Was spielst du? Was spielst du? Wer ist das? Welches Level? Lass mich in Ruhe. Zeit für ein paar cheats. Ich muss aufladen. Durchhalten, durchhalten. Halt durch. Ich schaff das, ich schaff das. Hau ab! Da ist sie! Da ist sie! Diesmal hab ich dich. Legen wir los. Und play. Ich muss an jemandem üben. Aber an mir. Ich hab ne Idee. Und nun zum Hintergrund. Hier. Und das. Das letzte Detail. Keil. Jetzt musst du posieren. Aha. Wir sind allein. Nein, du kannst alles tun. Ist irgendwie still hier drin. Ich bin sprachlos. Das ist nicht lustig. Hau ab! Ich hab trainiert. Bist du bereit? Spielen wir. Endlich ein bisschen Ruhe. Sie ist so hübsch. Sie ist bei der Meisterschaft. Warum brauchst du so lange? Lass mich in Ruhe. Da. Perfekt. Dir zeige ich's. Bruder! Hilfe! Erdbeben? Meine Schwester! Wo bist du? Ich komme! Go, Mike. Ich bin hinter dir. Geh in die Mitte. Nix da! Das Spiel läuft. Nix da! Ha! Oh, 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 oh. Dank mir später. Wovon redest du? Keine 001 gewinnt. Siehst du? Du bist die beste Schwester aller Zeiten. Meine tollen Kinder sind berühmt auf TikTok. Auf TikTok berühmt? Das hast du die ganze Zeit gemacht? Ihr seid meine Lieblinge. Ich hab was für euch. Ich bin immer noch der Liebling.